Ich bin immer noch nicht da. Ich glaube es nicht, ich will fixe. Boah, Alter, das Ding fetzt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die, nee, die Shotgun nehme. Ich kann das ja einfach mal verminen, ich meine, falls da mal jemand vorbeikommen sollte. So, bakterisieren. Was ist da gerade in die Luft geflogen? Delta 4 nur am Treffpunkt eingetroffen. Delta! Hilf mir, Fixer! Ach, das sind Droidenträger. Die Türsteuerung ist blockiert. Versuche sie zu hacken. Nein, 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 nein. Komplettgranaten nützen gegen Droiden nix. Ich habe keine andere Granaten. Scheiße, Fixer, Mann. Ach, echt? Ich habe tatsächlich andere Granaten. Piss im Scheiß. Los, Hecke. Dann Heck. Heck. Pixar, Heck. Mach mich decken. Ja, 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 ja. Vergessen, ich will die Droiden töten. Vergessen Sie die Droiden. Verschwinden wir hier, Sir. Sprengsatz ist schon. Deckung, Deltas. Wir machen jetzt hier alle fertig. Alle. Wir lassen keinen Droidenträger als tragendes Feature des Spiels hier. Ja. Puh. Ich glaube es nicht. So, Fixer. Tut mir leid, ich weiß, du wolltest es nicht, aber wir leben ja noch. Gut, gehen wir. Troika. Los. Schwere Schäden am ganzen Schiff. Endlich haben wir wieder einen von Delta Team dabei. Wir müssen die Sklavenhändler auf Distanz halten. Wirklich ein sauberer Treffer. Danke. Wir gehen jetzt einfach weiter und machen... Kann ich... Er kann sich keine Schrottflinten ausrüsten, oder? Boah, Wecker. Es gab sich wenig. Na gut. Die machen das nämlich auch bei den anderen Mitgliedern von Delta. Ihn auf den Kopf springen. Die Sammler. Was? Ich brauche Hilfe, Kommandos. Komm 4-0. Los. Dankeschön. Hat echt ein bisschen gedauert, aber Hauptsache du hast was getan, was ich gesagt habe. Okay. So. Das mit dem Ding ist ja eh gleich lang. Temal Detonatoren. Wie sieht es aus mit Bagda? Kommen wir auf Bagda zu oder dicht? Das Ding kann ich gar nicht hier finden. Also 0-7 finden. Der wurde gefangen genommen oder so? Äh... Ne. Der läuft einfach wieder weg, der hat Spaß. Ach, wir sind ja auch gerade reingekauft. Gleich darfst du wieder angreifen, aber erstmal bleibst du bei... Wow, Fixer. Danke. Okay. Huch. Ah, gut. Ich lasse ihn einfach mal nicht nach vorne rennen, wenn er hinter mir ist. Das ist, glaube ich, erstmal alles gut. Dai, du hackst hier nichts. Was machst du denn da? Lies doch erstmal die koreanische Betriebsanleistung. 4-0. Defensivvektor. Ja genau, 4-0. Ich heile mich jetzt. Ich hab doch gesehen, wie du dich heilen wolltest. Rumpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagda, Soldat. Roger. Hole Bagda. Ein Thema wieder die Sprüche hier hin. Das da unten ist 0-7. Und verhören ihn. Da teilen wir diesen Echsen eine Lektion. Und geht nicht gut. Oh nein, 0-7. Oh nein, wie könnt ihr die Druiden schlachten? Es ist eine Tragödie. Schon wieder die Musik. Die gefällt mir so. Die suche ich mal raus. Oh, Fixer. Ich weiß, das ist... Es ist schwer, dein Bruder Leid zu sehen. Deswegen, wir nehmen uns erst das Leben. Gehen wir einfach weiter. Wir werden sieben schon gegen. Äh, auch nicht. Lass sie durchkommen, Fixer. Lass sie durchkommen. Perfekt. So, okay. Machen wir weiter. Das war, glaub ich... Doch, das waren alle. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Die automatische Hütte sind online, aber dieser Terndor hat die Steuerung zerstört. Wir können sie nicht abschalten. Lade woanders nach, Fixer. Gottverdammt. Äh... Ja, Sir. Zurück mit dir, ich mach das. Ja, gut. Okay, du holst jetzt Bagda. Vor mir. Will in Position, Sir. Gut, wir gehen so lange... Wieder ein paar Schritte nach vorne. Der Fixer kommt schon da. Irgendwie. Möglicherweise. Hör mich besser. Sehr schön. Ah, Mann. Ich will schon... Ah, hier... Oh, Mann. Geschützmanöver starten. Das übernehme ich. Worauf? Auf die Feinde hier? Schön, dass der das auch nochmal fragt, wenn man sinnlos irgendwo hinschiebt. Ja, dann mach das! Ah! Ah, Gott. Wo kommt der denn her? Ah, ah, da... Ah, Fixer! Fuck! Er hat es tatsächlich auch gefragt, als er es nicht gesehen hat, worauf ich schieße. Das ist echt super. Klasse Technik, Fixer. Du gehst an das Geschütz? Ich werde... Objekt terminiert. ...und wir Bagda holen. Gehen wir weiter. Roger, rücke vor. Keine Chance, Delta-Führer. Ist ja okay, Warte. Bagda-Prozedur einleiten, Delta. Derhol, Sir. Okay, da kommen eh keine bei. Delta-40 hat sich erholt. Sehr schön. Jetzt komm bitte nach, so schnell wie wirklich. Ich will jetzt gar nicht auf dich warten, eigentlich. Ach, was haben die denn überhaupt geschossen? Höchstlich ein sauberer Treffer. So, okay. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut, wir kommen voran. Tür auf. Sie müssen hinter dieser Tür sein. Los, beeilen wir uns. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Platziere Sprengsatz. Alles gesichert. Ja, da kommt einiges zusammen. Sprengen Erfolg, vorwärts. Na! Los! Ist ja okay, ist ja okay. Ja, komm her damit. Ich heile sieben. Du hältst mich im Auge, bitte. Hol' ihn doch. Mensch, Wixer. Ein bisschen mehr Advertise. So, sieben. Los geht's. Gut. 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 Sieben. Sie sind in Sicherheit. Oh Gott, fuck ey! Ich muss noch ein paar Echsen töten. Ich glaube, sie halten 6-2 im Zellentrakt-Spiel. Oh, scheiße. Sieben, 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 sieben. Bitte sag mir... Natürlich nicht. Ziel eliminieren. Ah, der Fixer kann ihn nicht treffen. Wir haben ja einen Verknüpfung. Natürlich, du hast ja auch so viel gemacht. Ich komme, sieben, ich komme. Ich hätte ihn vorher abziehen sollen. Scheiße. Na komm. Treppe hier. Genehmigen Sie sich etwas, Bagta. Ja, Sir, bin unterwegs. Wir brechen auf. Er braucht doch länger für die Befehle, wenn er die Waffe hat. Um sie wegzustecken und sie wieder rauszufinden. Bagta ist was Herrliches. Heilen Sie sich, Delta. Jawohl, Sir. So. Delta Team formiert sich. Geh in Position. Kommando gehalt. Hm, hier wäre auch noch was gelesenes. Aber auch fast zurück. Was? Nein! Delta! Delta! Gott! Scheiße! Warum muss das Ding denn jetzt nachladen? Wo ist denn da der Scheiß hin? Oh Mann! Oh Mann! Nur Probleme! Oh Mann! Wir haben das Delta Team Satelliten. Suchen wir Delta 6-2! So. Jetzt hat er aber durchgeladen. 6-2 suchen wir jetzt noch. Gefängnis Ausbruch. Alles gut. Vorsicht! Noch mehr Sklavenhändler! Exzellenter Treffer Team Leader! Exzellent! Ja! Weil ich die Echse... Exzellent getroffen... Oh Gott! Ich... Ich lasse es jetzt. Schalten Sie sich von dort aus, Peter! Bin unterwegs! Sehr schön! Oha! Ah shit! Schalten Sie sich von dort aus, Peter! Die haben keine Chance gegen mich! Ich geh nach oben. Uh! Ah wie cool! Ah! Perfekt! Das Delta Team ist wieder voll im Einsatz! Das ist wunderschön! Präzisionsschuss abbrechen. Kommandinen. Die Musik mal wieder. Perfekt für die Situation! Do 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 do! Dadadadada da... Duh. Duh. udada da Duh-duh-duh. Duh-duh-Duh-doh-duh-doh-doh-doh-doh-doh-doh DELTA TEAM, machen wir es von hier, wir haben das Wissen, dass wir 6-2 zur Hilfe kommen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand. Alles klar, Sir. Präzisionsschuss, abbrechen, Kommando. Versuchen wir es mit Sprengstoff, DELTAs. Platziere Mine. Dies ist ein Sperrgut. Apropos Mine. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Ich helfe DELTA 3 ab. Oh, schnit. 4-0, 4-0. Auf. Ah, was, ich höre euch da, ich höre da ein Geschütz, glaube ich. Ne, das sind, äh, diese Pissenhecken der KOS. Ah, hier drin. Was hat er gesagt? Ah, Gott. Ah, da, ja, da stehen sie. Nein, na, mit der Kacke. Ich muss, wir müssen, ah, die müssen da weg. Ich brauche eine, äh, hin- und hergranate. Okay, okay. Präzisionsschluss einleiten, DELTA. Wo behältst du das hier in Auge? Vagta, 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 Vagta. Oh Gott. Warum sind wir überhaupt nicht da lang gegangen? Hm. Ah ja, hier ist zu Ende, aber hier ist Munition. Äh. Oh Gott. Ja gut, scheiß auf Vagta ist jetzt auch nicht einfach. Ich verschwende viel zu viel Zeit mit Vagta. Also. Wir brechen auf. Position halten. Ja, Sir. Gehen wir weiter. Nee. Präzisionsschluss vorbereiten, DELTA. Gehe in Position. Nicht mehr gerichtet. 07 ist 1,5 bereit. DELTA 4,0 hat erwischt. Ja gut, das war clever. Ich hab mir noch schon gedacht. Manöver abbrechen, DELTA. Präzisionsschluss vorbereiten, DELTA. Oh Gott, da kommt riechen. Da ist noch einer. Nee, da sind noch einer. Pumpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Vagta, Soldat. Ich bin schon unterwegs, Sir. Gottverdammte Mist, Scheiß, ey. Oh Gott, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Oh Gott. 4,0. DELTA 4,0. Super. Was verstößt ihr gegen die Vorschriften? Ich bin durchstreißend. Wow, hi. Das war natürlich... Da kommt schon OP-Töte. Es läuft ja alles drunter und drüber. Ich bin überhaupt nicht amused. Ich geh hier gucken. Hier ging es im Kreis. Ja. Alles halb so wild. Präzisionsschuss! Abbrechen, Kommando! Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad. Bin schön unterwegs, Sir. Formieren. Gehe in Position. So, 7 kommt mit. 4-0 hört sich erstmal Bagdad. Troide. Hinterhalt! Hinterhalt! Alle meine Deckung! Das sind ein paar. Scheiße. Na, drauf geht! Muss nachladen. Der Tranto geht nicht drauf, ey. Das... Das ist... Mhm. Angriffsformation einnehmen! Ja, Sir! Hier greift leider an. Ich hab das Kommando für Angreifen schon gesucht gehabt. Gut, wie sich das gefunden hat. Gut, ich würde auch fast sagen, dass wir jetzt bald zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diese komplette Geisterschiff-Passage machen will. Wir warten jetzt bis wir 6-2 finden. Und dann hauen wir auch schon auf. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat! Ja, Sir! Laut der Baupläne führt diese Tür zum Kontrollraum des Zellentraktes. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssystems sind in Ordnung. Ah! Sieh ein 6-2 in einer dieser Zellen fest! Bieten Sie die Steuerung des Zellentraktes! Ah! Kommt her, kommt her! Sektor erkunden! Roger! Momentchen! Deltateam formiert sich! 07! Kacke! Huh! Puh! Ist das ein blöder Scheiß jetzt! Ah! 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 Was macht das jetzt so? Ich hole mir Bagda und dann kommen wir zurück. Egalina, bringen Sie Ihre Einheit auf Trab! Ist ja okay! Berater, den man eigentlich nicht hören sollte. Ich hoffe, die gehen nicht echt drauf. Denn man, wenn ich so lange brauche, werde die jetzt heilen, werde die Geschütze zerstören und dann wäre das auch schon mal das erste genug für die Aufnahme. Oh Gott! Ich merke schon, die treffen mich, aber ich treffe sie nicht! Okay! Ah gut! Das Geheimnis liegt im Ausweichen dieser Scheiße! Kapi... He... Ah ne! Ach nein! Unterstütz 4,0! Ein laubeler Treffer, Sir! Ja gut! Genau, unterstützt ihn mal! Gut! Ich würde hier erst einmal den Cut setzen! Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt Es war echt eine gute Session Jetzt, eine lange Session Ich glaube, ich habe gegen Ende ein bisschen weniger gesagt Weil wir, weil ich so Total durcheinander war und wenn ich zu lange aufnehme Gehen mir auch die Themen aus irgendwie Ist aber auch halb so wild Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß Es waren jetzt einige Folgen Und wir sehen uns das nächste Mal bei Star Wars Republic Commando Bis dahin, auf Wiedersehen Bis dahin, auf Wiedersehen